Ich muss schon mal anfangen, dann schaffen wir es mit der Zeit nicht. Das feine Countdown. Danke scheiße. Ungefähr 5 Minuten vor... Wir haben bis jetzt 3.54 Uhr. Natürlich. Wir machen mal lauter, dass auch alle was hören. Hier war ich ein bisschen leiser. So, Mikrofon ist leiser, aber auch nicht. So, jetzt Mikrofon leiser. Okay, dann hört mich schon. Und danach seht ihr schöne Kneippios. 4, 5, 3, 2, 1, 0. Du willst singen und dann auch gleich Sekte in der Hand nehmen und dann noch gleichzeitig anrufen? 4, 16, alles noch einmal. Ausdenken. Wie gesagt, wenn das noch zu Ende ist, geht es gleich ein Kater. Das ist mal ganz schwer. Das ist sehr schwer. Es sind noch 4 Minuten. Ihr wollt aufpassen. Klipp ist los. Ich bin nicht so gut. 4, 3. Wir leben zusammen. 5, 4, 1, 0. Today, it's the final countdown The final countdown Oh, we hadn't fought with us And still we stand tall Oh, we haven't seen us And welcome us all With so many light years to go And still we found I'm sure that we all miss us all It's the final countdown 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 Ich muss mal irgendwie überspringen können jetzt an dieser Musik, äh, dieser... Ja stimmt, das ist die Instrumentierung. Instrumente. Du wirst so irgendwie, irgendwie, dass wir irgendein Sender. Wir wollen die Sekundenruhe. Die Sekundenruhe. Wir brauchen den Sender von irgendein Sender. Ist scheißegal, welchen Sender. Wir brauchen eine Sekundenruhe ganz, ganz schnell. Hast du den Text im Kopf? Nee. Ach, scheiße. Aber zum Schluss. The final countdown. The final countdown. It's the final countdown. It's the final countdown. Oh, jetzt. Jetzt ist es so weit. The final countdown. Anscheinend. Wart nicht. Ich hab schon hoffnet uns. Okay! The final countdown. Ich hab nur noch ne Minutees zu. Du musst jetzt irgendeinen Sender wegscheißen. Ja. Ah, DZDF ist scheißegal. Scheißegal, welchen Sender. Wo ist die Fernbedienung? Ich habe keine Fernbedienung, die liegt doch vor dir. Irgendein Sender. Die vor dir, das ist doch nicht. Die andere. Welche? Die andere. Die, die. Das wird heute nichts mehr. Ja, klack, klack, klack. Oh, Mann. Mann. Mann, du musst das drücken und dann hast du drin. Ach so. Mach doch mal die Bih raus. Die Bih muss raus. Bih raus. Ich mach schon, ich mach schon, ich mach schon. Das ist schon gut. Das geht ja gar nicht. Zieh raus, Alter. Mann. Komm in die Sorge. Der Fall. Der Countdown. Der Countdown. Aber gerade noch mal da so hingegangen. Ja, ja, das kam nicht mehr zu Countdown und der. Wir haben es voll vergangen. Ja, ja. Großes neues Jahr. Wuuuhu. Wuuuhu. Mein Charakter. Heilter Kapitän, schreit dich so! Prost! 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 Prost, mein Licht. Schlieb vor dir. Schlieb vor mir? Sag mal nicht! Prost! 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 Prost. So, du fährst an den Puff nach Barcelona, oder wie? Auf den Puff nach Barcelona. Ja, Puff nach Barcelona. Scheiße. So. Jetzt ist ja der Ton. Oh, aber gerade so, genau. Gerade so, ja. Schuld ist diese ganze Scheiß-Einstimmung, die wir gemacht haben. Da sehen wir es, nochmal im Fernsehen. Das schöne Feuerwerk. Wenn du den Ton an, dann geht das schon. Ne, wir gehen jetzt hier auf Xbox, machen nochmal Musik. Mach doch mal kurz Ton an da. Boah, mach doch mal Ton an. Ton! Hier, Knallen. Die wollen Knallen, David. Die Tür auf, die Fenster auf. Mann, Phil, mach doch einfach mal an. Der Ton? Ja, die Allgemeinheit, nicht nur du wollen was an. Ja, da geht kein Ton an. Mach Ton an, oder du kriegst Kloppe. Wie geht denn der Ton jetzt hier an? Ist doch dein Fernseher. Ja, das ist mein Fernseher, aber... Was ist das denn? Das geht nicht. Das geht ja ab. Zeig mal. Doch, oder? Wolltest du dich grad fragen, aber... Ich glaub, wir... Der geht ja wirklich nicht. Ja, scheiße, ne? Das kommt von eier Umsteckerei. So, Leute, jetzt würde ich mal sagen, rufen wir erstmal alle überall an, ne? Jetzt ist 0.01. Dann rufen wir an. Du wolltest noch ein paar Personen anrufen. Oh, jetzt... Jetzt wollte ich mal ein Telefon hier. Wo sind denn die alle? Ich muss jetzt mal... Noch haben wir 2 Minuten 40 von diesem Video. Da kannst du noch jemanden anrufen. Da kannst du noch jemanden anrufen. Ich rufe es niemanden an. Bei mir ist schon 5 nach 0. Ey, ich glaube, wir haben es total verpasst. Nö, Quatsch. Ja, doch so 10 Sekunden waren wir, glaube ich, zu spät. 10 war das, ja. 10 Sekunden. 10 Sekunden zu spät, ja. Was? Erstmal wissen wir einen... Warum geht der gar nicht? Also, Pill, wem wollen Sie anrufen? Ja. Wen rufen wir? Dann gibt es das Video überhaupt noch. Noch endlich. Jetzt geht es gerade 7 Minuten 45. Oh Gott. Hast also noch knapp 2 Minuten. Dann rufe ich mal den Papa an. Ruf den Papa an. Ruf den Papa an. Man muss ja mit kurzem Platz bevor angehen, wenn die Kamera läuft. So sieht es am Brandenburger Tor aus. Ja, und ich rufe mal kurz den Papa an. Berlin. Du bist doch wunderbar. Berlin. Berlin. Wir fahren nach Berlin. 5, 1, 6, 2, 1. Wie rufst du an, Chris? Komm, Tor. Wie du anst. Ja, Tor. Komm, jeder ruft jemanden an. Nee, ich rufe jetzt... Ich muss filmen. Du kannst nicht anrufen. Doch, ich könnte anrufen mit der anderen Hand. Ich rufe Phil an. Ich rufe Phil an. I rufe jetzt mit Geburtstag. Warte doch mal. Ja, Mama und Papa an. Was? Ja, aber... Ich rufe jetzt wirklich niemanden an, ey. Wir sagen dir nicht morgen alle. Ja, danke. Ich rufe euch ja, Menschen. Ja, ein überkreuztes. Ja, danke. Mit dem blauen Notfalltelefon. Happy New Year. Hallo. Happy New Year von Anna. Genau. Happy New Year. Hier, hier. Hier im weißen Säge. Nur so ein bisschen. Was, ein bisschen? Ja, so ein bisschen. Feiern. Ich dachte besoffen. Den Alex und den Chris haben wir an Bord. Mit einem Marco und... Besoffen? Nee. Ja. Also brauchst du noch mal so einen harten Trick. Also auch ein paar Leute, von denen man sich gedacht hat, die über den sind. So, gleich springen wir dann... Voll Überraschungsgäste, ja. Gleich springen wir in die Aldi-Fakulat in Luft. Ja. Ja. Genau. Da sehen sie immer noch das Brandenburger Tor. Die Videos sind gerade alle am Hochladen. Auf das Neue, ja. Ja, ja, genau. Es kommen so 20 Videos von den ganzen Silvesterfeiern. Happy New Year. 20 nicht Pornos, sondern Karoke-Videos. Das sind schon Pornos. Ich habe dieses blaue Telefon der Macht gehabt. Das blaue Telefon der Macht, ja. Nicht das rote, sondern das blaue. Ja. Gut. Die machen sich zum Knallen bereit. Das Video läuft sogar noch unter uns. So, und jetzt versuchen wir jetzt so viele wie möglich Leute zu machen. Ich auch, ja. Ganz viel den ganzen Tag dazu. Ja. Ja. Ja, und ich vortraue. Genau. Und du bist Jungen, Jungen sind Weltmeister am Ländersen. Ja. Ja. Ja.